Unfassbare Worte bei einer Demonstration für mehr Flüchtlingsaufnahmen in Dresden. Anhänger der URA Dresden, der undogmatischen radikalen Antifa, stehen dicht an dicht mit einem Polizisten. Es wird gedrängelt, der Polizist reagiert. Schubs mich und du fängst dir ne Kugel. Empörte Rufe schallen aus den Reihen der Demonstranten, der Beamte weicht zurück, greift sogar zur Dienstwaffe. Sein halbherziger Versuch, anschließend die Menge mit gemäßigteren Worten zu beruhigen, scheitert. Erst weitere Einsatzkräfte deeskalieren die Situation. Die Polizei reagiert prompt und kündigt auf Twitter eine Stellungnahme zum Vorfall an. Bei dem Beamten handelt es sich um einen Polizeiführer. Die Androhung vom Schusswaffeneinsatz ohne zwingende Gründe dürfte mit Sicherheit ein disziplinarisches Verfahren nach sich ziehen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.